Wir sind in Hamburg auf dem Schiff und haben es mündlich gerade Albert Hall. Was denken Sie, wenn Sie sich da wiedersehen? Tolle Zeit. Krass, wir haben hier. Das ist ja ein ziemlich legendäres Konzert hier, Royal Albert Hall 1978. Ich glaube, da hat man in Deutschland das erste Mal gesehen, dass die Leute getanzt haben. Leben. Wir sind alle geboren worden, um zu leben und nicht zu sitzen, sondern machen, was tun. Und das kann man da sehen. Wir sind in Hamburg auf der Weg nach den Havn. Das ist auch James Lars' Musikerns-Werens-Omssegling. Aber was passiert, wenn Kapteinen snart wird von Bohren? Ich weiß es nicht immer, dass ich lebe. Es ist nicht so, dass es passiert. Keine Einzelne Note mit Schreiben? Ja, Schreiben, ja. Aber eigentlich ist es nicht so. Aber eigentlich ist es nicht so, dass der Reise ist. Und das ist schon ganz schlecht. Aber der mangler den letzte große Tourne, bl.a. ein Aufstädskoncert in Royal Albert Hall. Og i Odense den 27. marts. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hoppe, at vi er billet allerede september sidste år. Så, ja, jo. Tschüss. Tschüss. Gute Freude.